Musik 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 Meine allererste Erinnerung? Boah, mir kommt gerade komischerweise, Boris Becker gewinnt Wimbledon. Aber ich glaube, meine erste Erinnerung, Tal kam auf die Welt mit Gehirnautozündung. Ich war ja gerade zwei Jahre alt. Er war wirklich klein. Ich war jetzt zwei. Aber ich erinnere mich, dass ich mit Papa im Krankenhaus war bei ihm. Und er war in so einem Brutkasten. Und ich habe einen roten und einen blauen Monster Truck gehabt. Der rote war für mich und der blaue war für ihn. Ich wollte ihn geben, aber ich habe es nicht durch diesen Kasten geschafft. Ich dachte, das ist meine allererste Kinderzeitung. Ich habe es nicht durch den Kasten. Ich habe es nicht durch den Kasten.